Hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft Modlet ohne den Matthias. Gingau, ich bin nicht da. Ja, wir haben minimal weitergebaut. Wir wollten eigentlich schon früher aufnehmen, aber haben wir uns doch verpeilt. Mal wieder. Ich habe das Gefühl, dass das falsch ist, aber ich glaube, es ist richtig. Achso, und Jan ist wieder im Hintergrund. Ja. Warum baue ich das falsch ab? Ich weiß nicht, ich zeig mal die Kirche hier. Kirche? Ja. Oh, mein Deppel war leer. Scheiße, das war eine dumme Idee, hier unterzuspringen. Ja, okay. Auf jeden Fall gibt es eine Treppe und so. Hier haben wir dann diese schöne Festbänken mit so einem Abplatz hier oben drauf. Und hier vorne ist der Altar, ne? Mit so, äh, so kleine Abstufung, Goldaltar mit so coolen Kreuzen von Deko-Kraft, die man mit einem Schlag abbauen kann, wie ich gerade merke. Pffs. Entschuldigung. So, schön gerade wieder hin platzieren. Ja, geht. Ja. Und, äh, ansonsten wollen wir gerade oben ins Dach und ich komme heute halt nicht mehr hoch. Nein, komm. Ich würde mal sagen, du darfst Sachen aufladen. Ja, tschau. Viel Spaß beim Dachbauen, ne? Mist. Ne, ich brauche nicht zu viel, okay. Ich würde volle Aufnahmen machen, wenn ich die Tür hochdehe. Was machen sollen? Aufladen, volle Aufnahme. Tja. Tja. Naja. Ich kann ja den wenigsten schönen Weg hier langlaufen. Ist auch mal gut. Ich war eh noch nicht hier drin, seit der Aufnahme. Was ist raus? Ja, aus. Lass ein paar Sachen aufladen. Ähm, das... Ja, ich dachte, ich würde dich auch noch aufladen. Lauf selbst hier runter, ey. Äh, Nico. Nö. In der MFSU sind 38 Millionen 300.000 Energie von 40 Millionen. Boah. Ja, nur noch 2 Millionen frei. Gut, ich mal hier runterlaufe. Ähm, stimmt. Und es sind übrigens 4 Iridium fertig. Pffs. Okay. Soll ich erstmal alles in Iridium verpleppern und später machen wir den Sonarium Parts. Ja, auf jeden. Okay, dann mach ich mal... Vier. Fuck. Wie viele kann ich das machen? Auf 38? Vier. Vier? 36 nutzt du dadurch. Vier Stück? Ja. Ja. Hat mir vier Stück vorher reingetan. Krass. Ja, wow. Ist ne Menge. Auch schnell aufladen jetzt, bevor es zack weggeht. Ähm... Das ist krass, ey. Wow. Ja. Ja. Ja, wir hatten halt kein Energieproblem. Aber wenn mal nacht ist, dann hat der was keine Energie, weil wir keinen Sprecher haben. Oh, weil der Sprecher nie voll sein wird, wenn wir dort die Iridium produzieren. Hm. Irgendwann brauchen wir gleich ne zweite Klackfahrerleitung, weil der nicht so durchpasst. Weil der für Solarpiennes haben. Dann will ich aber sagen, den letzten Teil haben wir, glaub ich... Oh, ich hab kein Jetpack angehabt. Ouch. Hoffentlich noch die Schuhe. Ja, ja, zum Glück. Einmal bin ich viel abbekommen. Mhm. So, ähm, Pouch. Pouch. Was ist denn zum Auflandern? Jetpack? Was war's oder was? Ne, und der Ding da. Okay, gut. Ja, richtig. Ich hab grad nicht viel im Etabler, das ist so ein Problem. Moment, bin nur ein Flott frei. Ähm, ich tu mal den Block weg, dann die Syrien Stainclay-Dinger, brauchen wir auch nicht mehr. Wir können eh obendrauf zugreifen. Ja, stimmt. So. Jo, Jetpack, dann laschen wir manchmal auch. Okay, dann komm ich wieder hoch. Pouch. Moment. Moment, Moment, Moment. Fuck. Moment, jetzt noch. Oh, ist noch. Wollte grads sagen, wo ist mein... Ding jetzt? Ja, ich hab's mal aufgeladen, das ist dir noch nicht gegeben. Für diese, auch dein, du, ich hab dir auch deins gegeben. Wegen Hover Mode. Aber auch bei dem Warrior Listing natürlich. Hat zwar kein Hover Mode, aber hey. Kann man bestimmt einbauen lassen. Hm. So. Ja. Oh, schon kann man 40... Schon echt grad, 40 FPS? Nice. Normalerweise hab ich immer genau 30. Mach der denn nichts halt eh mit 30 hier aufnehmen? Ähm. Obwohl es halt auch unter 30. Nöööö. Naja. Ähm. Ja. Übrigens wollen wir dann die letzte Reihe genauso die Höhe machen wie das hier. Also nicht weiter. Ja. 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 Definitiv. Okay. Eins höher, oder? Ja. 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 Nein. Hahahaha. alguma. Super. Ich hab's geschafft in ne Aufnahme. Jawohl. Was hast du da gemacht? Ich hab den Kopf...was sagst. Ich hab den Kopf abgeschlagen. Der... Ist ge... Das gelb ist gecrashed. Ich hab grad überlegt. 有 Wanna hab dich schlagen? Ja. Und ich hab House sind original geschlagen. Super unfair. Ist ab Management. Tut mal leid. Wo und me�� ich nicht mehr geschlagen, schlage ich dich mal? Ja, letztens auch außerhalb der Aufnahme, da hat alles geklappt immer, ne? Er schneidet einmal in der Aufnahme und es crashed. Aber war ganz gut, aber es hat das mal wenigstens vernünftig in der Aufnahme gesehen, ne? So Nikos, warum das Dach mal weiter, ey? Das ist doch ja Ewigkeit. Ja, also was tun wir hier einfach, ähm, beim Altar dann die Wände hochziehen, oder? Oder tun wir es irgendwie verkleinern? Hm. Ich weiß nicht so recht. Weil es irgendwie so spinnt, weil hochziehen ist scheiße aus, weil es nicht ganz rund ist. Aber für Kleiner sieht auch scheiße aus. Es sei denn, man tut nur Treppenstufen komplett so, steinig Treppenstufen. Ne, ich würde es genauso, ich glaube ich würde es so weiterziehen, ein bisschen höher bauen als den Rest des Dachs und dann zu machen. Wie den, wie meinen Turm. Ja. Kein Signal, scheiße. Wird erledigt, machen wir. Bist du ein Spacken, ey. Sorry. Ey, du wirst du wollen es auch machen, du hast überlegt. Das ist bei mir gewesen, war es schlimmer, weil es die Aufnahme dann cutten müsste, weil dann die Aufnahme auch aus ist. Und du wirst jetzt ein Menü rumgammeln, so kann ich wenigstens noch weiterbauen. Boah. 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 Was darf ich an mir nehmen? Das kostet, wenn bei einem das Ding abschirmiert. Bedeut' mal bei dir. Ja. Da musst du Meinschaft starten, musst den Server öffnen, ich muss reinkommen, bis dann bei mir einigermaßen läuft. Uiuiui. Du weißt den Code noch? Ach, wurde da eingespeichert. Ich war grad befriedig, ich war einfach gleich wie vorher. Ja. Mord zwei höher. Was? Du died. Ja, fuck you. Ich hatte 18 Dingens. Du bist verflipsen im Mund. Ich kann nicht respawnen, nach Kombinat doch endlich. Zööögerung, Frau. Boah. Mann. Das geilste ist, wenn wir in der Motte kämpfen, die schlagen dir den Kopf ab, ey. Tritt dir die beste Rüstung im Nix. Ist doch essend. Ja, brauche mal einen Kopfschutz, ey. Keine Ahnung. Ich hab wirklich genau auf den Hirn geschlagen, ey. Einfach direkt vor mir schon, ey. Scheiße. Das finde ich echt ätzend. Ich hab so überlegt, so, äh, vielleicht dumme Idee, dann war es schon zu spät. Warum passiert das? Ja, weil, ähm, die Modtrend ist, dass die Viecher auseinanderfallen und das funktioniert halt nicht... Oh. Bei den Spielern. Normalerweise. Warum bin ich Expand? Nico, ich hab... Ich bin grad aufs... Ja, ich hab aufs Dach gelaufen quasi, um weiterzubauen. Dann hab ich grad vier Level eingesackt. Hm. Aus Versehen. Ja, ich werd mir das sowieso cheaten. Was, nein? Weil was ein Depp mich geschlagen hat. Nein, du schießt dir das nicht? Im Arsch. Ey, das ist doch ein Fehler im System, theoretisch. Nein, da... Wenn man durch Einschlag stirbt. Wir lassen das nicht so gelten. Die sind 17 Level da. Dann gehst du einmal runter zum Ohr beim Beschluss, dann hast du die 17 Level da. Ist auch nicht die Welt. Das Ding ist... Ist das bei mir jetzt noch nicht geladen, oder? Weiß nicht. Wieso lauf ich da nicht hin? Komm. Was ist hier Cheat... äh... Cheatp in den oder? Weiß. Ja. Ja, glaub ich. Der Kraschel liegt unten. Der Kraschel liegt unten beim Altar. Direkt vor den anderen Kraschel. Ja... Da ist er... Der Fieber... äh... richtig. Ers irgendwie nicht so gut auf. Na ja. Kommst du? Na, er kommt an... laufen. kleiner von euch erfahrungen mit einem link 8 port gigabit switch ein d link 8 port gigabit switch nicht ganz oder könnt ihr mir einen anderen switch empfehlen ich brauche einen relativ guten switch mit einem guten preis leistungsverhältnis keine ahnung von meinen kunden nico auf kraft mindestens ein gigabit übrigens 18 level momentan dafür wird auch war auch wasser und hunger gespeichert da muss er ja nicht schütten ja guck mal nico hier oben was ich gemacht habe allerdings schaffe ich das dass das einfach hier hinten abgerundet ist hier oben nicht du verstehst was ich meine wieso ist das jackpexel zu laut keine ahnung was soll der zum ersten mal auf da war uns alles hochgestellt vielleicht im start erst er wollte gerade sagen hab ich den jetzt seit oben ja muss ja ja habe ich dann echt erst 11 minuten aufgenommen krass das wäre lecker das war fast voll jetzt ja nur 30 oder es ist zu wenig verdammt naja guck mal nicole und müssen sie genau wie trüben nach außen ziehen das hat einfach mal hier als holz dran gebaut halt die dinger ach so shit ja ja wurden sie zwar ganz geil aufbaut in der treffe stufe reinbauen verdammt wenn wir das jetzt rundbauen ist für unten scheiße aus ja richtig und zwar das passt aber auch die extra decke nicht mehr rein die ich machen wollte also von daher ist es egal was ich weiß nicht so hoch ist was aber wenn es höher wäre dann könnte man noch so eine extra decke einziehen damit man auch nicht sehen oh das ist jetzt sehr schwer das ist kein Problem ja ach dunkel ich kümmere mich um den schornstein dann ich kümmere mich um den schornstein ja meine kirche die müssen ja auch irgendwie heizen was hast du gelernt hm willst du ähm ja das ding ist ich finde tödlicherweise ist das ding zu groß der altar ja ist es auch um ein gescheites dach zu machen ich finde von außen geht es halt von innen mhm weil von innen vielleicht auch ein tic zu groß ja hier noch ein paar gemälde hin und ein paar fenster machen wir noch rein in die wände geht das was machen wir denn jetzt gar nicht so einfach aber viel höher ziehen können wir auch nicht weil das sieht auch blöd aus ja oh lass es abgehakt mach ich einfach das Dach drauf fertig man könnte so eine Zwischenebene machen wie bei einer Kathedrale wo das so von innen abgerundet ist das meinte ich mit der Zwischenebene das meinte ich zum Beispiel ja dann lass das machen ne es geht nicht weil die nicht hoch genug ist guck mal sonst hat man viel zu wenig Platz hier auf den Erhöhungen und da ist noch eine Zwischenebene irgendwie rein boss hier wirst gehen in dem Ding also das hier auch machen auf die Ebene wo wir die andere hier haben ja lass es machen das wird doch voll geil gehen das heißt wir fangen warte hier an ja ne da da müssen wir anfangen ja ja gut ich steig grad zu wegkloppen da sieht man eh nicht ja ich weiß jetzt grad echt nicht wie wir das bauen so ich weiß es einfach probier es einfach mal probier es einfach mal wenn ihr nur scheißt oder nicht die scheiß ausgehen ich trink ich trink grad mal was in der Aufnahme haha soo hm okay mach mal ich muss wieder die Drecksarbeit machen ich muss wieder die Drecksarbeit machen ach was du ich hätte voll Bock auf ein anderes Bauprojekt ehrlich gesagt aber das kann man noch nicht machen das kann ich momentan noch nicht sagen ein anderes ja aber was schon mal im Etab wo ich sowas sagte und das müssen wir testen aber ich kann es jetzt nicht auch nicht sagen erst erst testen ob das aber funktioniert das ehrlich gesagt nicht was du meinst andere dimension egal ich würde so oder so nicht drauf kommen ja ja okay klappt nicht ach du scheiße was machst du denn hier richtig geilen scheiß hoffentlich ja ja fängt euch an zu regnen ich mach schon ne ja ja erstmal einmal vielleicht reißt ja also so ok zweimal ähm Nico keine Dings mehr wie hast du dir das eigentlich hier vorne vorgestellt ich stehe wir machen es da halt höher musst du es dann noch umgehen lassen ja mach wir dann auch pfff ähm mhm bestimmt hier sind noch ein paar mhm Slap wir haben keine Dingslaps mehr verdammt jetzt von was denn? ich mach mal tausende Brucewood Slaps ok als wenn mir nicht zu lenken würde mhm ach komm ach komm ach komm ach komm schon scheiß Tangle Server hm oder mein Internet beschuldige wie du willst ja ich kann aktuell nichts machen ok cool ouch ouch das ist super Nico ja ist das mal richtig ich weiß warum ich nichts machen könnte oh du hast mein Hiking Bag und mein Dingens eingesammelt weg gar nicht da oh ja ja danke wirst du da hehehe sorry das ist ein Wichser habe ich dich gesehen mhm ich lasse doch mal die Dinger hinterher cool einfach gefunden hat darf man behalten äh 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 oh cool ich dachte warum passt das nicht sehr gut Matthias passt auch nicht als du dich verbaut hä scheiße hier ja ab da sehr schön bin ich grad hart verwirrt ja ok ganz höher ganz höher ah nö na gut dann die nächste Reihe ja warte mal hehehe 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 oh rassen ach nix hehehe hast du dich verbaut oder was ne ne ok ok schön langsam ähm so so wir sind nicht symmetrisch auf meiner Seite wir sind nicht symmetrisch ja wir sind nicht symmetrisch ja komm so ähm scheiße mach ich das denn jetzt ok so ok da auch hä achso er kommt der andere dann das Ding boah verwirrt ich weiß grad nicht nico so schau mal nicht da ist ein Fehler dran hier der Block eigentlich oder ach keine ahnung mal ich mich grad ein bisschen warm Moment du mach grad den Rest dann mach ich das was was für ein Rest ähm guck mal in die Mitte Moment der Fehler ist dass das eins niedriger muss hm schon wieder warte mal hä ne metrisch keine ahnung sag ich mir auch ne doch so ist es richtig ne doch ne doch ne ich hab auch keine ahnung nico doch doch so ist es richtig ey du das wachsen ist das so richtig ne äh JPEG vollkommen richtig so wie wir das gemacht haben ähm die Frage ist nur setzen wir das oberste auch noch höher also dieses mittlere Ding ja ja aber können wir so lassen eigentlich glaube ich ja wir müssen uns jetzt wääh jetzt müssen wir nur noch nach diesem Übergang schauen irgendwie so ans Höhe jetzt ne da frag ich auch nicht von der 2 höher wobei ich in den Ecken eh noch Treppen bauen möchte ich hab keine Ahnung ich schau gleich mal erst mal so ja ja ich kann schon Treppen bauen eigentlich ja ich kann schon ein Treppen bauen eigentlich erst mal würde ich ein ja wobei ich stein können wir eigentlich lassen oder Slaps steinslaps machen wir hatten überlegen ist das fast dein Slaps ja ja jetzt statt halt erst Treppen oder sowas ne das nicht lassen nein jetzt bekommen wir die Abgrund von dem Schatz Dach die wird auch die verlassen und dann zusätzlich Slaps oder Treppen wenn du jetzt da oben Slap einsetzt hast du diese scheiß Lücke da mhm hab ich nicht obwohl du würd doch gehen hast recht na dann mach er Slaps dann mach mal ich glaube wir müssen zu bauen ich glaube das bringt nichts ich glaube wir müssen wirklich zubauen wie nicht zubauen einfach als höher alles dann noch mehr höher noch mehr höher nicht geht ach Mann jetzt scheiß dich nice ah ok ich glaube ja ich würd sagen wir bauen einfach mit Steinen zu diese Lücke dort ja warte mal warte mal weil tatsächlich fällt mir keine bessere Idee aktuell ein Moment ich hab die andere Seite ist ja noch ganz mit Steinslaps müssen wir das dann machen Moment ich hab ne Idee okay dann zieht das hier einfach ein Blatt vor das Dach und rudert das Dach dann in den anderen Dach ab das Dach dann in den anderen Dach dann in den anderen Dach dann in den anderen Dach da rein was was doch meins wie dummer nein das heißt man macht äh hier einen drauf der unten drunter weg es geht weg hier und der da trau moment 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 ich muss überlegen das gleiche einfach ja doch das halte ich für eine kluge idee und die und halt weg die beiden warten so weiter dann vor unten geht es ein bisschen ineinander über das musst du dann aber macht das ist so schwer zu hoch ja vielleicht auch das war schon erforderlich genug logik ein zweiter als da also 1 2 3 blöcke moment ja ab hier halt gemacht jetzt wenn alle so weit gezogen oder einfach halt stopp falsch oder falsch guck mal die lücke an nee das stimmt doch oh man lasst mich das machen das stimmt so ich traue mir das war fehler aber was weg gemacht werden ich wundere die müssen weg weil ansonsten sieht es von innen blöd aus ja doch das sieht gut aus manchmal manchmal muss man ein bisschen abgerundet werden wie ich finde ja die ecken die mitte das händler in der mitte dran ja ja das sieht gut aus ja ach es ist komplett abgerundet ja ok kann man gerne machen und was mit dem einen der noch offen ist da habe ich noch draußen reingegangen was muss mit dem gemacht werden ja Ich hab den Fehler, Nico. Das ist falsch. Was denn? Ja, ich hab den schon nicht. Der war zu höher. Das ist falsch. Das ist falsch. Richtig. Das muss ein Zürcher sagen. Jetzt stimmt's. Ja. Ja. Das ist richtig. Falt umsitzig auch gut aus, muss ich sagen. Das will ich mir mal ansehen. Mach mit dem Block weg, damit ich hochfliegen kann. Warte, dann machen wir den in die Ecke weg. Aua. Tico. Ach man, Scheiß. Das Ding, das wurde geändert. Ich kann jetzt nicht mal mit C den Hovermode an- und ausmachen. So, aber besser als kleine Scheiße, die du machen wolltest, ja. Das Problem ist, jetzt würde ich ja den Turm hier weiterziehen. Ja. Das heißt, wir müssen da halt noch zumachen. Aber jetzt nicht gerade, ne? Genau so machen können wir eben auch. Mann, die ist schön rund. Äh, jetzt müssen wir's aber mit Pillars machen, ne, Teil. Ja, äh, schon klar. Wirst du jetzt so gerade machen, oder müssen wir jetzt rund bauen den Turm? Ach so, stimmt. Warte mal. Ja, genau. Wollten wir doch eigentlich rund bauen den Turm? Stimmt, wir müssen wir rund machen. Oh, nö. Ja, deswegen haben wir doch so alles so gemacht. Ach, ist doch late. Na ja, wie ist die Zeit? Das muss weg. Das muss weg. Mhm. Könnte ganz cool werden. Nee, wird total scheiße. Und Kronleuchter machen die Decke, ja? Wichtig. Stimmt, Kronleuchter. Oder ganz dringend. So, dann. So. Oh, hier ist noch ein Fehler, warte mal. So. Warte mal, ist er weg hier? Äh, fliegt ja hoch. So. Hä, hat Nico, was hast du denn da gemacht, ey? Ein Kreis. Was denn sonst? Nein, hier unten. Ist ein Fehler. Kein Kreis. Das muss weg. Perfekt. Was dazu machen hat's? Hä? Mach ich doch gerade. Lass mich das doch mal machen, ey. Nö. Ich hatte... Na, Holz, mein ich jetzt. Oh. Voll ganz raus, voll ganz raus. Hör immer noch raus. Wollte ich an die Gegnerschaft das Ding. So. Ja, stimmt das wieder. Hm. Gut. Ja, dann. Dankeschön fürs Zusehen. Und schützt bis zur nächsten Folge von Minecraft Mod Lounge. Ciao. 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 Ciao.